So hallo liebe YouTuber und willkommen aus der Ralfinger Einsatzzentrale, wir sind heute, ich bin heute hier bei Ralfinger, wir haben uns heute breit gemacht für den Livestream am Montag, ja es wird ein, breiter, wir haben, Arschloch, wir werden am Montag an Silvester einen Livestream machen und zwar von 18 Uhr bis 0 Uhr oder auch länger je nachdem, du musst nicht so oft deinen Ralfinger zeigen, werden wir einen Livestream machen, wir werden für euch zocken und zwar nicht PC, sondern wir haben unsere Waffen. Yeah, das heißt Playstation 3 bis zum Abwinken die ganze Nacht mit euch, ihr werdet hier, das ist jetzt hier die Studieposition, wo der sitzt, weil der ist das ganze Studio ein bisschen verwaltet und eben da drüben, hier drüben werden wir zocken, mit dabei werden sein, da guck mal, der hat Muckis hier, mit dabei werden sein, der Cavalierpirat und Nico dem LP vielleicht, wir werden sehen, mal schauen ob es schafft, ja ich werde auch dabei sein, und wir werden einen verdammt lustigen Abend haben, Shepman übrigens, ja Shepman und jetzt gerade in dem Moment werden wir euch jetzt mal kurz zeigen, wie das hier beim Ankaufen ausgesehen hat und wir schalten jetzt hier. So, hier gucken wir Leute, ich und Ralf sind hier gerade, ja da ist er, wir sind hier gerade schön am Einkaufen für Silvester, es ist richtig schön geworden und wir fahren das Ganze jetzt schön in seinen Kombi rein. Alles natürlich alkoholfrei, alles natürlich alkoholfrei und das Alkoholzeug, das ihr da seht, ist nur zu Demonstrationszwecken, da ist doch gar nichts, ach so stimmt ja, hast ja, also geht noch nicht, haben wir alles schön weggemacht, so davon ist jetzt ein schöner Kombi, Spielspaß und Spannung erwartet uns mal wieder am Montag, sind bestimmt saulustig, wir melden uns wieder nachdem wir eins eingeladen haben, So, und dann wünschen wir euch viel Spaß bis dahin, wir sehen uns auch an diesem Abend, ich hoffe, dass ihr kommt, meldet euch mal unten in den Kommentaren, wer gerne zuschauen würde, der Twitch-Link steht unten in der Beschreibung, schaut vorbei Leute, haut rein, tschüss, tschüss. ept lass, tschüss.